die Mannen aus allen Richtungen haben wir noch ein paar Wollst du gerade Stengel sagen? äh 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 ja ok ich wollte gerade Stengel sagen ich meine es ist zweideutig Stengel oder? es ist doch zweideutig oder? sagten wir Leute ich bin doch nicht so komisch oder? 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 doch was bist du? ich bring euch um ich bring euch irgendwann mal um yeah ich bring euch ihr mich nicht mit meinem rehlenden Irrchen werdet euch jetzt gleich mal ipsdichle was zum Hölle sagst du da von Scheiß? Trollface? äh tja ich werde jetzt versuchen mal ein bisschen weniger unsere meine imaginären Leute einzubauen zumindest wenn sie so freudig wären und sich nicht einmischen würden kein Problem was gibst du uns dafür? was? ich bin... ihr seid bestechlich? natürlich natürlich bin ich bestechlich öh ich mag's ich kann's gerne lassen aber nur wenn du soo willst soo sehr willst wollt ihr soo sehr? wenn drei Leute in die Kommentare schreiben wird eine der Stimmen verschwinden eine meiner vielen Stimmen deiner sehr vielen Stimmen ich bin einfach der 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 Mann der tausend Stimmen boah hey du ist voll die Nachmachung von diesem Robert gerinnt oder wie der heißt gerinnt? echt jetzt? hä? was soll ich denn das wissen? ist die ist so beleidige nicht die an die imaginäre Stimme ok ok und yay jetzt haben wir genügend jetzt können wir oh uns fehlt ja noch ein Patch die Idee und das wird unser Problem für immer sein wir wert für immer sterben weil wir kein Bett haben halt ähm das war gerade sehr sinnlos wir müssen mal so einen sinnlos den Zweigs machen das wird dann so extra sinnlos sein für uns das ist eigentlich ein Nachmachung? weiß ich jetzt gar nicht normalerweise bin ich jetzt so über vielleicht bei YouTube boah gerät hier im Moment nur ein Scheiß weil ich auch ein Scheiß was? sieht da nicht ganz schick aus ich muss das da nur noch abholzen und dann noch ein Hintrum Enderman wir haben uns lange gesucht was ist das für ein Horderhund? was ist das für ein Horderhund? was ist das für ein Massenmörder? ohne die her den 크 wurde der Mond steht hoch und miteinander das ist eine ähnliche Szene in der Sonnensitzung mehr Fallplatten sag ich nur mehr Fallplatten Prozent 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 Scheiss Hund Tut mir leid Hund Komm Komm raus Immer so zu erhalten Hund Ich bin nicht so zufrieden mit dir Komm Wir müssen uns sofort unterhalten Gott Ich hätte nicht gewusst was ich sagen wollte Waaaah Es sind so viele Wie wärs mit dem Creeper Gibt's ja vielleicht wieder einen Creeper Na klar Na ja auch Ganz Ich hab dich gerade so erschreckt ey Mehr als bei Slender Ja Und Slender ist ja auch nicht gerade das Spiel für die lieben kleinen Familie Und 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 schn Ich hab ich schon Aaaah das ist nicht Ich suche ein Skelett ok Ich suche ein Skelett ok ja spunk ja ja creeper yyyy im sexy and i know it ich wollte es gar nicht das war jetzt nicht geplant mir war kaputt ey oh da ist ja noch einer ey ihn da ihn hängen Gedärme da raus wuten sie ein bisschen ich hab keinen Arzt Praxis mir gehört keine Axt ich vermisse irgendwie den Creepermain aber nein da kommt schon ein Creeper der irgendwie seine Gedärme aus dem Leib war bei Gronkh welcher war ich bei Gronkh diese Fall wieso rede ich ganz typisch nicht wenn ich jetzt das sagen würde was ich zu ihm halte würde ich eine Mühle und schlicht die Kommentare kriegen und ich will ja obwohl das Teil von Meinungsfreiheit kommt scheiße bam 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 welche haben wir noch eine ist das echt so sehr wort wort oh mein Gott nach diesem Horrorschreck werde ich mich jetzt einmal eine kleine Aufnahmepause gönnen und diese Kekse nutzen tschüss schiess schiess schiess